Als allererstes muss ich euch erstmal die Leute, die Muslime sind, die muss ich dir erstmal beglückwünschen. Weil man muss sich eine Sache ganz deutlich bewusst sein. Es wird ein Tag kommen, wo jeder Mensch vor dem Schöpfer der Himmel und der Erde stehen wird. Wo jeder Mensch gefragt wird, was er getan hat. Und an diesem Tag gibt es nur eine Religion, die vom Allmächtigen Gott anerkannt wird. Er sagt in Suga 3, Vers 85 Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird niemals von ihm angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Deswegen, Brüder und Schwester, ist der Islam die größte Gabe, die du hast. Und für die Nicht-Muslime, ich kann euch einen Lamborghini geben, ich meine, okay, den habe ich jetzt nicht. Ich kann dir vielleicht ein Dreirad geben oder so, ja. Ich könnte dir einen Lamborghini geben oder irgendwas geben oder irgendwas auf der Welt geben. Aber glaub mir, das Beste, was ich einem geben kann, ist der Islam. Der Islam ist das Beste, was ein Mensch haben kann, weil das ist die größte Ni'ma, die größte Gabe, die Allah, subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer, der Himmel und der Menschen, den Menschen gegeben hat. Er sagt im Koran in Suga 5, Vers 3 Heute habe ich eure Religion vervollkommnet Und meine Gnaden gaben an euch ausgeschüttet Und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden Also dass diese Religion perfekt ist Und es wird ein Tag kommen Viele Menschen sind heute am Schlafen Viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben Das Leben ist jetzt Schaitan gerecht Der Mensch steht morgens auf, geht um 8 Uhr zur Arbeit, kommt abends um 7 Uhr wieder Und hat sich keine Gedanken gemacht Danach schaltet er den Fernseher und schaut sich die Lindenstraße an Und weiß nicht, wovom er lebt Und er macht irgendwelche Taten Und lebt Und weiß nicht, wozu er lebt Glauben diese nicht, dass sie auferweckt werden Zu was auferweckt werden Zu einem gewaltigen Tag Was ist dieser gewaltige Tag? An dem Tag, wo die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden Heute einige Leute haben mehr Angst vor ihrem Chef Oder vor den Leuten Verstecken sich vor den Leuten Aber es wird ein Tag kommen, wo jeder hier Ob er das gerne hat, ob er das will oder ob er das nicht will Wo jeder, der hier sitzt Ob er das leugnet, ob er das nicht leugnet Vor dem Herrn der Welten stehen wird Und wird gefragt werden, was hat er gemacht? Und wie ich schon gesagt habe Deswegen die größte Sache, die du hast Das detaillierte Programm, wie du das Paradies bekommst Ist Islam Denn an diesem Tag werden die Menschen In zwei allgemeine Gruppen geteilt Die eine Gruppe wird in Jehennem gehen Und die andere Gruppe wird ins Paradies gehen Was ist das Jehennem? Was ist die Hölle? Stell dir irgendeine Folter vor Auf der Erde, glaub mir, Jehennem ist schlimmer Es sagt vielleicht jemand Ach ja, warum soll ich so hart bestraft werden? Er wird sich wundern Er wird sich wundern Er soll das nicht so abstrakt sehen Diese Sache wird kommen Und diese Sache ist realer, als dass du hier sitzt Und was sagt Allah darüber im Koran? Inna ladayna ankaalau wa jahima Wa taaman za russati wa azabin alima Bei uns sind schwere Fesseln Und Höllenbrand Und Essen, was in dem Hals Würden hervorruft Und strengere Strafe Und was ist der andere Weg? Was ist der andere Weg? Das ist das Paradies Die beste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann Das muss dein Ziel sein Ja okay, wenn jemand in der Grundschule sitzt, hat er auch ein Ziel Entweder Gymnasium oder Hauptschule Aber in der Hauptschule ist es auch nicht so schlecht Weil vielleicht kriegt er nachher eine gute Lehrstelle Oder macht irgendeinen Laden auf Hat er auch was erreicht Und vielleicht derjenige, der aufs Gymnasium geht Der fällt nachher doch nochmal hin Der hat was weiß ich Die beste Abitur gemacht Und kriegt nachher Schließt sein Studium ab Und kriegt doch keinen Job Ist alles nicht so schlimm Aber dieses Leben Das Abschlusszeugnis hier ist nicht Gehst du auf Realschule Oder Gymnasium Oder kannst du danach Abitur Hast du Abitur Und kannst irgendwie auf die Universität gehen So dieses Leben Die Abschlussprüfung ist Kommst du ins Paradies Und kommst du in die Hölle Und das ist wie gesagt Die wichtigste Sache Und dazu müssen wir den Islam richtig befolgen Was gibt es in Jannah? Was gibt es dort? Was sagt Allah im heiligen Hadith? Er sagt sinngemäß Ich habe für meine rechtschaffenden Diener Ich habe für meine rechtschaffenden Diener Vorbereitet Was kein Auge gesehen hat Und kein Ohr gehört hat Und was nicht überhaupt im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist Das ist vorbereitet So Und jetzt muss man eins wissen Und das sollte wirklich jeder Der dieses Ziel erreichen will Der sollte sich dafür interessieren Was er für einen Feind hat auf diesem Weg Denn wir haben einen Feind auf diesem Weg Und dieser Feind Hat dem allmächtigen Gott geschworen Dass er jeden Einzelnen Der hier sitzt in die Hölle bringen will Jeden Einzelnen Und jeder Einzelne Von uns der hier sitzt Der wird beeinflusst von ihm Und dieser Feind ist der Schaitan Der Satan Der große Satan Und er will die Menschen In die Irre leiten Und das ist das Einzige, wofür er lebt Und Im Koran Dort wird erwähnt Dass Allah subhanahu wa ta'ala Sagt In Suche 7 Wie ist überhaupt dazu Also erstmal Wenn man weiß, dass man einen Feind hat Wenn jetzt zum Beispiel Der Klinsmann Bei der Fußball-WM Gegen irgendeine Mannschaft spielt Oder so Dann wird er sich vorher vorbereiten Wie muss ich jetzt beispielsweise Gegen Saudi-Arabien spielen Ja Beispielsweise Der wird gucken Der wird gucken Ja sogar gegen Saudi-Arabien Da wird er gucken Was muss er Obwohl die letztes Mal 9-0 gewonnen haben Der wird gucken Ja wie kann er gegen die gewinnen Was haben die für einen Stürmer Wie sind die in der Abwehr Und so weiter Warum Was hat der für ein Ziel Der will in einer Runde weiterkommen Was haben wir für ein Ziel Wir wollen nicht nur eine Runde weiterkommen Wir wollen ins Paradies kommen Und von der Hölle wegkommen Also warum beschäftigt sich Jürgen Klinsmann mit Saudi-Arabien Und wir beschäftigen uns nicht mit unserem Feind So das heißt Man nimmt die Sache gar nicht So richtig für voll Ehrlich gesagt Weil man möchte ja wissen Dieser Mensch Der will dich nicht töten Der will dir nicht dein Geld nehmen Der will dir nicht dein Autoradio klauen Der beleidigt nicht deine Mutter Der will dich in die Hölle haben Dann musst du sagen Ja okay Was hat der für Tricks Wie will der das hinkriegen Also da muss man sich informieren Muss man sich informieren Was ist dieser Feind Wer ist dieser Feind Warum gibt es diesen Feind Was sind die Mittel von diesem Feind Hat dieser Feind Helfer Und wo finden wir das alles Im Koran Der authentischen Sula Des Propheten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Jetzt wollte ich noch ein kurzes Eine Geschichte Kurz zusammenfassen Nicht ganz ausführlich erzählen Weil ich hab die nicht ganz im Kopf Es gab einen heiligen Mann Einen sehr guten Mann Und zu ihm kamen Einige Brüder mit der Schwester Sie wollten in den Krieg ziehen Und haben ihm dann die Schwester übergeben Dass er auf die Schwester aufpasst Zuerst war die Tür geschlossen Ja Sie war in einem anderen Raum Und sie haben gesagt Dieser Mann der ist so gut Der ist so rechtschaffender Da kann nichts passieren Was ist passiert Der Satan kam zu ihm Wie kam er zu ihm Hat er gesagt Geh zu der Frau Und vergewaltige sie Nein Er hat gesagt Guck geh zu der Frau Und dann sagst du Er hat gesagt Guck mal Die ist ganz alleine Sag doch mal Salamu alaikum Vielleicht fühlt sie sich alleine Ja ok Salamu alaikum Und dann ging das immer so weiter Ja normalerweise Könnt sie auch mal zu ihr hingehen Dann könnt sie sich ja mit ihr hinsetzen Ist sie nicht so alleine Kannst ihr etwas helfen Und so ging das immer weiter Step by step Oh ihr die ihr glaubt Folgt nicht den Fußstapfen des Satans Dann Er hat weiter 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 gemacht Dann kam es zu Sina Was ist passiert Sie ist schwanger geworden Was hat er gemacht Dann hat er sie getötet Und das Kind was im Bauch war Dann hat er sie vergraben Dann kamen die Brüder eines Tages wieder Hat er gesagt Ja die ist gestorben Dann kam der Satan zu den Brüdern Hat gesagt Hat denen das im Traum gezeigt Was dort passiert ist Dann sind sie zu ihm gegangen Und dann ging das immer so weiter Bis sie ihn dann nachher töten wollten Und haben ihn zusammengeschlagen Dann kam der Satan zu ihm Und hat zu ihm gesagt Ich kann dir helfen Mach Sajud zu mir Also mache Niederwerfung zu mir Und dann helfe ich dir Und dann ist er gestorben In dem Moment Wo er Sajud zum Schaitan gemacht hat Und ist in Kufa gestorben